so alle hallo leute heute wieder magnetfisch hin und zwar einmal da natürlich beide seiten und dann haben wir hier gleich noch mal zehn meter weiter ein kleines flüsschen was ja auch immer mit kuriosen funden überrascht teilweise ich habe da auch schon was gesehen von hier oben vorhin wie gesagt ich fahre natürlich meist die strecken ab und check die denn so ein bisschen ab ob sie das überhaupt lohnt da hinzufahren ansonsten ist das ja zeitverschwendung für uns alle ja ich habe noch keinen festen stand hier für mein stativ so jetzt aber so jetzt legen wir auch sofort los hier ist kein geländer um das festzuschnallen deswegen schnall ich mir das an mein gürtel das teil ja müll habe ich auch schon ein bisschen gesammelt zwei gleich weil ich letztes mal war schon wo ich hier war ihr sagt ich fahre die stellen oft zweimal ab sammeln im vorfeld schon so ein bisschen zeug sein was vielleicht nicht so interessiert ich hier plastik mülle und sonstigen schweiz sammeln bestimmt nicht so interessant für euch deswegen check ich hier vorher die lage habe ich das jetzt rauskriegt weiß ich natürlich nicht weil ich nicht weiß ob es ethisch ist oder nicht auch noch nicht allzu lange da drin vielleicht ein jährchen oder so zwei sachen auf einmal ich ruf das mal eben ab jetzt hat sich hier natürlich wieder schön fest gesagt einmal ist das irgendwie so ein wäscheteil was man weiß ich wo dran hängt an der seite und einmal keine ahnung was war das mal ein schutzblech vom ketker oder so ich weiß es nicht irgendwie sowas so habe ich aber noch was gesehen und zwar nach vorne ja manchmal findet man den kuriosesten krams hier das ist aber nicht magnetisch scheißdreck plastik manchmal findet man die kuriosen krams hier und wundert sich immer wieder jetzt habe ich glaube ich doch unten scheint metall drinnen zu sein das war mal eine satellitenschüssel der antenne war das meine das muss mal eine radio oder fernseh antenne gewesen sein ab so und wieder rein jetzt hat sich das ein bisschen hier in den piepschergebüsch verfangen hier so und wieder und wie gesagt ich habe die ecke natürlich schon ein bisschen abgefischt vorher hier ein bisschen müll gesammelt da hatte ich schon gesehen dass der scheiß da drinnen liegt hätte ich mal gedacht dass das plastik ist dass wir das gar nicht rauskriegen haben wir jetzt raus bekommen ja das war es auch hier der ecke ja da haben wir ziemlich frischen kram gehabt er hat ja allerhöchstens hier ein jahr drinnen gelegen plastik bestecke haben wir auch noch gefunden kommt auch weg noch länger gewesen sein aber plastik sieht man das eigentlich schlecht das sieht manchmal aus wie neu ne so andere stelle gehen wir jetzt rüber ja hier müssen wir überall von der seite aus fischen weil wir hier das problem haben dass natürlich wenig platz an der straße ist deswegen machen wir dazu ich positioniere euch wieder so dass er einigermaßen gut was bei rüber kommt bei der geschichte da haben wir nischt das tut mir immer eine seele weh wenn der magnet so aufschlägt aber ist ja nun mal ein arbeitsgerät der muss schon funktionieren der bursche ansonsten naja mit unserer schutzkappe da dran haben wir ja auch gute chancen dass da nichts dran passiert und dass auch die leistung bleibt ich mach mal auf stopp ist uninteressant jetzt geht gleich weiter hier positioniere ich euch jetzt mal weil ich ja erst immer einmal mit dem magneten gerade unten an der brücke lang gehen weil man das beim rein und rauf werfen dann manchmal nicht abladen also lasse ich den hier erstmal runter und ziehe den einmal hier lang ja was war dann nischt war da also müssen wir jetzt euch neu positionieren wieder so kurz auf stopp dann wird mein neues stativ jetzt in angriff gleich genommen aber hier den ganzen anderen müll da die blaue teil und das andere scheiße habe ich eben schon gesammelt kommt ja alles schön auf dem haufen das messer schon wieder weggefliegen mensch welche einsamen so wenn wir das jetzt machen hier so können wir nämlich alle wieder schön sehen was hier los ist so hier fangen wir jetzt an wie gesagt ihr könnt ihr ruhig berichten wie ihr das findet mit dem stativ am geländer sollte schön raus gehen einfach bescheid sagen ob ihr das immer so wollt oder ob ihr gerne im mix wollt ich weiß auch überhaupt gar nicht so richtig ob ihr jetzt alles seht ich guck gleich nochmal eben mal gucken sieht doch gut aus oder das sieht doch super aus machen wir so dann sieht es noch besser aus so hört ihr mich auch nicht mehr so laut quatschen nur noch so leise von weit weg ist auch nicht schlecht oder da ist nichts drin ich hatte euch wieder dazu so genau an der stelle wird es interessanter ist was mal gucken mal gucken das sieht nicht gut aus mal mit überschwingen das Ding hier machen wir immer auf stopp und holen wir eben einen anderen Magneten so jetzt ist Black Panther am Start mal gucken ob der hier schon was klar macht wie gesagt das Problem ist immer die Leistung nächstes Problem ist natürlich das Teil mit richtig Leistung wieder raus zu kriegen auch keine Chance zu tiefen Matsch drinnen der Scheiß soje so kleine Scheiße so eine Scheiße so eine Scheiße jetzt nicht rauszukriegen ich schalte euch jetzt mal kurz wieder weg probiere das jetzt noch ein paar mal und dann schalte ich euch wieder zu falls das erfolg erfolgsversprechender ist ja so ein shit ich brauche noch mehr leistung 800 kilo reichen auch nicht obwohl ich das nicht glaubt dass er überhaupt 800 kilo hat aber reicht auch nicht kann ich kriege nicht raus schaffe ich nicht bei den letzten beiden versuchen war das ja auch schon nicht so pralle enttäuscht von magneten von magneter wesentlich praktischer und besser zu handeln da bin ich echt enttäuscht von ich hätte jetzt mehr gedacht dass ein bisschen mehr kommt bei der ganzen geschichte also black panther ist genauso stark wie sie bist und das war's und von der praktischen geschichte her kann man sich besser sie bis kaufen da war also wesentlich mehr von so würde ich das einfach mal sagen haben wir schon wieder was guck mal hier allerdings ist das jetzt terror hier wie gesagt das hier ist terror der hat nicht ganz so viel schub könnt ihr das jetzt überhaupt sehen jetzt will ich aber auch dabei haben ja ein bisschen mehr noch hier guck mal da ich versuche das ein bisschen zu lösen mit der rumröcklerei hier und hat nicht funktioniert aber da geht es schon wieder da ist schon wieder so und von der größe her könnte das schon wieder ein fahrrad sein man weiß es nicht wie gesagt wir haben jetzt erstmal hier terror am start und gucken mal ob wir das teil lösen können sieht schon so aus als wenn sich das löst hand der luftblasen aber da haben wir ja wieder richtig was guck mal hier wie das kubbern gelöst aber da bleiben wir jetzt am ball da bleiben wir am ball dass das richtig groß ist jetzt kommt aber noch mal der andere an start hier glaube ich mir den den gebastelt so ich mir das scheiß den den gebastelt jetzt kommt noch mal leck panther wie gesagt hat die gleiche leistung wie sie bis hier ein bisschen günstiger praktischen seite her da muss ich leider zugeben das ist nicht so praktisch jetzt mal gucken was er hier so ausrichten kann man hat ja hauptsächlich am tretlager und an den namen bisschen halt ansonsten hat man leider kein hals jetzt hat er die richtige stelle erwischt seid gespannt seid gespannt das war ja klar das war ja klar das war ja klar ohne winde kriegen wir das teil nicht hoch warum werdet ihr gleich sagen weil das teil ein einkaufswagen ist könnt ihr sehen seht ihr das ist wieder hardcore jeder von euch der schon mal gemacht hat weiß wovon ich spreche einkaufswagen ist eine ganz miese nummer die dinge haben so viel wumms und so schwer so vollgesogen mit matsch und dreck mal hier da ist das fuckteil ich werde jetzt mal anders positionieren und dann werde ich das versuchen seitlich rauszuziehen weil nach oben hin weg kriegt das ding niemals raus kurz auf stopp stopp und jetzt werde ich den probieren eine seite rauszureißen und drück mir die daumen dass wir den raus kriegen auch viel plastik dran also im scheiß ding also raus dann mehr kittel wird wir wir dann l dann Das war's für heute. Jetzt hängt da ein Stein fest. Das heißt, die müssen wir schon alleine rauskriegen, weil der Magnet sich daran festgesaugt hat. Wie blöde. So, jetzt kann der Zoom auch wieder zurück. Jetzt muss ich hier die Treppe runterlaufen, die eingewachsenen. Und dann könnt ihr das miterleben, wie ich das Scheißding hier rausreiß. Ja, der Magnet hängt da dran. Also es muss raus, nützt nichts. Egal wie. Alter Schwede, ist das glatt hier. Jetzt kommen auch noch diese alten Pixar-Dinger hier. Sehr schön. Ja, genau so wollen wir das sehen. Ja, genau so muss das sein. Es muss wehtun. Es muss wehtun. So, Magnet wieder ab. Wie auch immer. Der hatte sich schön festgehakt. Und dafür ist so ein scheiß eckiger Magnet geil. Der hackt sich so richtig in die Sau rein. Und dann hat man das Scheißding. Oh, an der Seite. An der Seite. Nicht wieder runterfallen. Alter. Alter Schwede. Das ist nix für meinen Rücken und für mein Alter, so ein Scheiß. Ja. Ein paar flette Pflaster drauf. Bauchweggürtel oben. Und den Geiler, ne? Das war's. Und dann wird der andere Scheiß, den wir nicht zu packen gekriegt haben, auch hundertprozentig ein Einkaufswagen sein. So, ich mach auf Stopp und weiter geht's, wenn's interessant wird. So, ein paar Schweißelektronen hab ich rausgeholt. Hab ich leider nicht gefilmt. Ist halt so, ne? Ja, ich muss leider meinen Film unterbrechen hier. Weil meine ganze Menge Zuschauer hier und wie ich schon ein paar Mal erwähnt hab, darf ich ja, wenn ich nicht fragen und die zustimmen, darf ich ja nicht weiterfilmen. Weil Ton und also Stimme und Gesichter und sonstiges ist ja alles geschützt heutzutage. Aber wir bleiben trotzdem jetzt am Ball hier. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch gerissen kick, bevor, äh, bevor es dunkel wird, ne? Die Roller ist schon fast unten. Also müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben hier. Machen wir jetzt ein bisschen schneller fischen. Oh, guck mal hier, haben wir schon wieder jede Menge Schnickschnack-Zug. Das ist aber wahrscheinlich nichts Wildes. Nö, nur Drähte. Aber trotzdem, drähte mit Plastikum-Mandlungen. Also raus, ne, Schatz. Die andere Seite, glaube ich, schaffen wir heute nicht mehr. Ja, da haben wir schon wieder was. Habt ihr das auf dem Plan hier? Habt ihr gar nicht auf dem Plan, ne? Warte mal, guck mal hier. Jetzt habt ihr das auf dem Zettel hier. So, wartet mal. Ah, das schien nur ein Ast gewesen zu sein. Aber ich schmeiß da noch mal den Magneten hin. Aber so vom Gefühl her war das ein Ast. Ah, ich glaube, der hängt da in so einem Ast drinne. Kann ich jetzt aber nicht schwören. Oh, ne. Irgendwas hat sich jetzt gelöst. Mal gucken, da bin ich jetzt immer gespannt. Was hätten wir denn da? Was hätten wir denn da? Zack. Eine lange Eisenstange. Eine lange Baustahlstange, ganz genau. Eine lange große Baustahlstange. Die sind auch immer extrem stark magnetisch. Da wundert man sich echt. Und ein bisschen Rosttrudelkram ist da auch noch dran. So, und wieder rein das Ding. Wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben hier. Damit wir die Brücke am besten noch schaffen. Oh, was haben wir da? Das ist aber schon wieder ein bisschen schwerer. Oh, scheiß. So, könnt ihr das sehen, ja, ne? Ja, ihr könnt das sehen, sehr schön. Also, seid gespannt. Ich bin's. Oh, hat sich wieder gelöst. Scheiß. Komm hoch hier, Ushi. Und wieder rein. Wir müssen sauber machen. Damit wir eine vernünftige Aufladegefläche haben. Und wieder rein. Gucken, ob es jetzt noch mal wieder schnuffelt hier. Jetzt hat er es noch mal wieder geschnuffelt. Ja, hat er gekriegt. Aber es ist irgendwie ganz beschissen. Irgendwie rutscht der Magneter immer entlang. Ich probiere das jetzt mal einfach mit ihm hier. Was haben wir denn da dran? Das ist aber auch merkwürdig, oder? Das ist richtig massiv. Ja, da müssen wir noch mal gucken jetzt. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir irgendwie was kriegen, wo er richtig dran packt. Ansonsten schmeißen wir Black Panther da rein. Dann müsste den Kram normalerweise so rausruppen können. Haben wir eben ja auch gesehen am Einkaufswagen. Das, was er mit Zugkraft nicht weg macht, das macht er dann weg, wenn er sich schön verkeilt. Ja, wir machen das mit dem anderen Magneten. Ich glaube, das ist besser. Einmal noch den Buschen rein hier. Und dann sehen wir das. Guck mal hier. Er hat ihn ja. Er hat ihn ja. Und dann merkst du am Seil, wie der Magnet da an vorbei rutscht. Oh, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ah, und wieder weg. Scheiß. Irgendwas abgehend ist. Ich guck mal hier. Da ist was dran. Wieder so ein ummanteltes Metallteil. Und der Magnet ist aber auch pockendreckig, wie wir den sauber machen. Und wieder rein. Und wieder rein, das Ding. So. Ja, man muss immer genau die eine Stelle an der ich nur dran hängen bleiben. Oh, ich hab's wieder. Oh, ich hab's noch nicht mehr. Oh. Hey, was ist das denn? Was ist das denn? Ich muss euch mal eben kurz, glaube ich, neu einstellen, oder? Kriegt ihr das noch mit? Nee, das kriegt ihr gar nicht mehr mit. So, hier, genau da ist er jetzt. Gleich muss ich das Ding hochkriegen, theoretisch. Ich hab natürlich ein extremes Problem hier. Oh, oh, rutscht wieder ab. Rutscht wieder ab. Wisst ihr, was ich glaube, das ist eine Tresortür. Ich stelle euch mal ein bisschen anders ein jetzt, weil ich werde das Ding jetzt da hinten rüberziehen. Und zwar da, werde ich das jetzt rüberziehen. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Ja. Scheiß Kamera hat sich verstellt. So, versuch ich den da hinten jetzt an Land zu ziehen. Ich hoffe, dass ihr das vernünftig draufkriegt. Ich bin gespannt, seid ihr jetzt auch mit Sicherheit. Ich bin gespannt, seid ihr jetzt auch mit Sicherheit. Ich bin gespannt, ob ihr das glaubt oder nicht. Ich krieg das alte Mistding nicht gepackt. So ein Scheiß, ey. Ich rat mich jetzt hier mal runter. Ich denk mal, dass ihr das alles mitkriegt hier. Leider sehr schlickig und sehr rutschig hier. Das Teil hat sich runter die Steine verkeilt. Und die kommen da nicht ran. Und das Teil, das ist... Dieses fette Janier, was wir gerade hatten, wo er anscheinend ja dran hochging, liegen wir nicht mehr gepackt. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nein, keine Chance. Wir kommen da nicht mehr ran. Komm, ey, Scheiße. Komm, wir gehen aufs Ganze. Wir gehen aufs Ganze. Ich gehe so weit rein, wie es geht. Das ist spiegelglatt hier. Spiegelglatt. Alles voller Matsch. Alles voller Matsch hier. So. Jetzt. Hier hat das Teil irgendwo gelegen. Komm, wir gehen hier ran. Auch viel zu glatt hier. Ich muss aber nicht gleich noch den Adler hier. Komm, wir gehen hier ran. Liegt unter den Steinen verteilt. So ein Schiff, ey. Was ist denn los? Mann, 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 ey. Die letzten Tage habe ich nur so nicht kackelt. Immer Sachen, die nicht mehr zu Bergen gehen. Mann, 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 Mann. Ich bin da unter den Scheiß-Steinen so verkeilt. Dass man das nicht mehr gezogen kriegt. Komm, wir nicht ran. Tut mir leid. Nur ein Mist, Mann. Das kann ja wohl nicht angehen, ey. Scheiße, drin. Ich mache mal eben auf Stop. Ich will noch ein bisschen probieren. Das geht mir jetzt richtig auf den Sender. Ich mache aber so lange erst mal auf Stop. Weil das will ich jetzt unbedingt schaffen. So, ich habe es jetzt noch ein paar Mal versucht. Jetzt gehe ich noch mal rein. Ein bisschen tiefer. Gucken wir mal, ob ich das kriegen kann. Aber wie gesagt, das geht mir so richtig auf den Sender jetzt. Aber so richtig. So eine Scheiße. Das ist das dritte Mal jetzt, dass ich was habe, was ich nicht rauskriege. Obwohl ich weiß, dass es da liegt. Oh, 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 oh. Das geht mir sowas schon aus dem Boden. Von aus dem Sack. Das Problem ist natürlich, man kann ja auch wirklich nicht arbeiten. Ich kann ja auch nicht weiter rein. Den kacke ich ab. Aber jetzt will ich mich in den Matsch knien. Und werde ich in diesem Scheißteil versuchen zu bergen. Schön kalt. Kaltes Wasser. Was ist denn da nicht? Da ist nichts. Wo ist denn da schon wieder hin? Wir haben auch keine starke Strömung hier. Das kann auch nicht weggehen. Oh, Alter Schwede. Ich packe mich hier gleich voll aufs Maul. Tut mir echt leid. Ihr habt gesehen, ich habe echt alles gegeben. Ich kriege es leider nicht raus. Ich finde es nicht wieder. Es muss irgendwie weggeglitten sein. Was ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, dass es einfach weg ist jetzt. Wie gesagt, ich könnte kotzen. Ja, so langsam wäre ich echt wuschig hier. Kann ja nicht angehen. Die letzten beiden Male habe ich schon zwei Sachen nicht rausgekippt. Und jetzt schon wieder nicht. Alter Schwede, ey. Das nervt aber. Das nervt aber. Aber wo das geblieben ist, weiß der Teufel, ey. Warum ist das überhaupt weggerutscht? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe aber schon wieder was dran. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt hier auf dem Pinsel habt. Das werdet ihr nicht glauben. Heute ist die Ecke der neuen Sachen. Seht ihr das da? Baumeln? Oder auf jeden Fall der neunwertigeren Sachen. Guck mal hier. Hammerhart, oder? Wer schmeißt denn sowas da rein? Ein Flex. Ein großer Flex. Und dann auch noch was richtig Gutes. Alter, da muss man blöde sein, ey. Das zeige ich euch gleich. Habt ihr ja drauf, ne? Habt ihr ja mitgesehen. Da liegen echt viele Sachen drin, ey. So ein Pisskram, ey. Mann, ey. Da kann ich richtig scheiße bei werden, ey. Das kotzt mich so richtig an. So richtig. Aber das bringt auch nichts mehr. Das bringt das ganze Meckern und Schimpfen. Ich hab das nicht rausgekriegt. Hab einen schönen kalten, nassen Arm. Ich hab alles gegeben. Mehr ging nicht. Mehr ging einfach nicht. Scheiß, scheiß, scheiß Dreck. Aber was haben wir daraus gelernt? Mit unserem anderen Magneten. Mit unserem Biest. Und mit dem Black Panther. Selber bauen ist ganz schön. Aber bei der heutigen Art von Magneten bauen, kann man sich auch getrost beim Magneten so ein Ding holen. So, wieder rüber hier. Da sind wir nämlich wieder am Start. Da ist wieder was dran. Leider schaffe ich die Brücke hier nicht zu Ende zu fischen. Das krieg ich nicht hin, Leute. Wie ihr schon seht, vielleicht. Die Kamera gleicht das ja ein bisschen aus. Wir haben hier kein richtiges Licht mehr. Ich will aber die Seite auf jeden Fall zu Ende machen. Alter, was ist das denn? Das zeige ich euch auch gleich. Das ist aber massiv schon wieder. Massive Scheiße hier. Mein Dreck. So, der Moment war da rüber. Da geht es jetzt. Der Endspurt für heute. Vielleicht kriege ich das scheiß Teil ja doch noch. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall war das wieder der Hammer hier. Der Oberhammer, was wir hier wieder rausgeholt haben. Da wird dann echt schlecht. Und da ist schon wieder was. Hängt im Matsch fest. Jetzt nicht mehr. Und ist wieder los. Wieder ab. Ne, haben wir. Eine lange Baustaltstange. Haben wir öfter mal. Hier liegen die Baustaltstangen. Eine schöne lange Baustaltstange. Man legt wieder rein. Und gucken, ob da noch was ist. Eigentlich müsste auch meine Speicherkarte gleich voll sein. Es kann angehen, dass ihr gleich einfach weg seid. Dann drücken wir einfach die Daumen, dass ich den Scheiß hier auch noch rauskriege jetzt. Hier mal eben gucken, wie lange wir noch haben. Ja, lange haben wir nicht mehr. Ich mache mal eben auf Stop und zeige nur die interessanten Sachen. So, es geht weiter. Es geht weiter. Man muss sich den anderen einsetzen und wieder ist es runtergefallen. Echt, gleich kippe ich aus. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist das Teil wieder, was wir eben schon mal hatten. Moin. Das ist das Teil, was wir eben schon mal hatten, wo ich meinen Arm so fürchterlich nass machen musste. Habt ihr das gesehen beim Rausgucken? Ich glaube, ihr habt es gesehen. Die Scheiße an der Geschichte ist, wir haben keinen richtigen Grip. Und das Teil ist tatsächlich so weit wieder ins Wasser reingeglitten, dass es ungefähr so 2,50 Meter vom Wasser weg war. Ich mache mir jetzt auf Stop, weil wir haben echt noch wenig Speicherkarte und deswegen mache ich mir eben kurz auf Stop. Wieder was haben wir am Start, aber wieder nicht das Teil. Das gleitet mir immer wieder zurück ins Wasser. Und wieder eine riesige Baustahlstange. Eine riesige Baustahlstange. Ich werde wahnsinnig, dass ich das Teil nicht rauskriege. Alter Schwere. Jetzt weiß ich, wo es ist ungefähr. Und ich kriege es nicht zu packen, ey. Das kann nicht sein, ne? Wieder auf Stop. So Leute, für heute ist es gut, ich breche ab. Hier ist das lange Ding hier. 4 Meter lang bestimmt. Jetzt zeige ich euch noch neben die anderen Sachen. Aber ich komme hier definitiv wieder her. Auch wenn ich vielleicht wieder versagen sollte. Trotzdem muss ich das nochmal probieren. Hier haben wir eine Flex, eine große Flex. Tja, warum schmeißt du mal sowas da rein, ne? Hohle grande. So. Einkaufswagen, jede Menge Plastikscheiße war diesmal am Start. Ihr habt es ja gesehen, was ich alles rausgeholt habe. Ja, guckt dir meine anderen Videos an, klickt und habt es immer gern gesehen. Ich räume hier jetzt auf. Adios. Ciao, ciao. Und goodbye.